Meine Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dass das kein AfD-Parteitag ist und wir uns der Materie etwas komplexer nähern müssen, Herr Gauland, das versuche ich jetzt mal. Europa ist ein gemeinsamer Raum von Freiheit, Sicherheit und des Rechts. Das war das Ziel nach dem Abschluss Schengener Abkommens im Amsterdamer Vertrag 1997. Wir haben den Bürgern Europas versprochen und eine Garantie abgegeben, dass offene Binnengrenzen Personenfreizügigkeit bei mehr Sicherheit als in Zeiten von Schlagbäumen möglich ist und wir haben es lange bewiesen. Seit Mitte der 90er Jahre haben wir es sehr lange bewiesen. Die Personenfreizügigkeit ist ein zentrales Element, eine Säule des europäischen Einigungsprozesses und bevor wir den so platt zur Disposition stellen, wie Sie das machen, lassen Sie uns diskutieren, meine Damen und Herren. Geht das überhaupt, was man sich damals bei Schengen gedacht hat? Vor Ihnen steht jemand, der in Führungsverantwortung an der deutsch-französischen Grenze, an den Benelux-Grenzen, an der deutsch-polnischen, tschechischen Grenze und zum Schluss an der deutsch- französischen Grenze selber Schlagbäume abgebaut hat. Ich kann Ihnen berät erklären, ich habe leider nur ein paar Minuten, wie intelligent Schengen ist, wenn alle 26 das tun, was wir vereinbart haben. Und ich kann Ihnen berät erklären, wie naiv und dumm es ist, zu glauben, all die Probleme, die Sie aufführen, Herr Gauland, könnte man mit einer Maßnahme lösen, nämlich vollständigen Grenzkontrollen. Das ist ja, da fehlen mir die Worte, zumindest die diplomatischen. Verstopfen Sie eine Zwischenfrage? Ja, deshalb sind wir ja hier. Sehr verehrter Herr Kollege, ich möchte Sie nur eines fragen. Ist es richtig, dass Ihre Partei ein Gutachten eingeholt hat, ob die widerrechtliche Öffnung der Grenzen verfassungskonform wäre oder nicht? Dass dieses Gutachten gekommen ist vom Verfassungsrichter Di Fabio? Und ist es weiterhin richtig, dass Sie, nachdem Sie dann wussten, dass Ihr Verhalten oder das Verhalten der Regierungsparteien eben nicht verfassungskonform ist, trotzdem in keinster Weise darauf reagiert haben? Herr Kollege Ehren, ich könnte jetzt die ganze Stunde benutzen, Sie können jetzt die ganze Stunde benutzen, über das Gutachten von Di Fabio zu reden. Ich könnte aber auch die zwei Gutachten nehmen, die Sie in Ihrem Antrag formuliert haben vom wissenschaftlichen Dienst. Tun Sie mir eingefallen. Lesen Sie doch mal Ihren eigenen Antrag und die Gutachten, die Sie darin zitieren, weil in diesen Gutachten steht klipp und klar drin, es gibt Gründe für stationäre Grenzübertrittskontrollen, an denen man auch Zurückweisungen aussprechen kann. Und es gibt besondere Situationen, in denen ein Land entscheiden kann, genau das nicht zu tun. Jetzt könnten wir zusammen unendlich viele Juristen und Experten aufführen, die für die eine oder die andere Meinung eintreten. Ich sage Ihnen, was die Lösung ist. Grenzkontrollen macht man juristisch im Sinne einer Verhältnismäßigkeit zur politischen Lage. Du kannst, und das würde ich niemals bestreiten, stationäre Grenzübertrittskontrollen machen, wenn sie eine Krisensituation haben, wenn eine Ultima-Ratio-Situation da ist, wie sie 2015 war. Was hat der Bundesinnenminister Ende 2015 entschieden? An allen deutschen Landgrenzen Grenzübertrittskontrollen mit Schwerpunkt an der bayerisch-österreichischen. Was wollen Sie eigentlich? Das Einzige, was Sie nicht verstehen, ist, dass zwischen offenen Landgrenzen, Schengen-Schleierfahndung, Brömervertrag, Kontaktdienststellenwesen und stationären Grenzkontrollen ein großes Instrumentarium liegt, was man intelligent einsetzt. Dazu sind Sie leider nicht fähig. Dazu sind Sie leider nicht fähig. Meine Damen und Herren, ich gebe das offen zu, bevor Sie jetzt auch noch die Getriebenen zitieren mit der nächsten Zwischenfrage. Ja, ich hätte mir Ende 2015 schneller diese Grenzkontrollen gewünscht. Aber das ist ein demokratischer Meinungsbildungsprozess gewesen. Ich glaube sogar, dass ich da ganz gute Wirkung erzielt habe. In jedem Fall, meine Damen und Herren, der Kollege Stephan Mayer, Clemens Binninger und ich haben Mitte 2015 vor dieser krisenhaften Situation an Jean-Claude Juncker geschrieben und haben ihm erklärt, wenn er nicht bald für eine Renaissance des Schengener Grenzkodex sorgt, stehen wir unmittelbar vor der Einführung von stationären Grenzkontrollen. Bevor Sie wach waren, sind wir längst unterwegs gewesen. Also bitte, wir hätten Sie im Parlament nicht gebraucht. Und jetzt sage ich Ihnen mal was als Südbadener. Wir empfinden uns als Vorbild Europäer. Bevor wir uns von solchen stumpfen Argumenten unsere Reisefreiheit, unseren Handel und die Wirtschaft zerstören lassen oder gravierend stören lassen, vorher kämpfen wir um das, worum es wirklich geht, meine Damen und Herren. Wir brauchen kein Spiel mit falschen Zahlen. Sie sprechen in Ihrem Antrag von Hunderttausenden, die dieses Jahr die Grenze illegal überschreiten. Es sind 170.000. Da haben wir nicht mal die abgezogen, die zurückgeschoben werden. Meine Damen und Herren, Sie inszenieren eine Krise vor den Menschen in diesem Land. Sie arbeiten mit falschen Zahlen. Sie machen, Sie machen, Sie machen, Herr Gauland, Herr Gauland, Sozialstaat und offene Grenzen für nicht möglich zu halten. Bitte, machen Sie irgendeinen Grundkurs Politik. Aber machen Sie das, bevor Sie das nächste Mal in diesen Plenarsaal kommen. Das ist ja eine irrwitzige Vorstellung, zu glauben, wir könnten dieses Land nicht gestalten mit offenen Grenzen. Jetzt darf ich Ihnen mal – ich bin ja ganz fair –, ich frage mich, ist das eine Mischung aus Inkompetenz und Fahrlässigkeit? Oder ist das Vorsatz, was Sie hier tun? Jedenfalls nach den Debatten, die hinter uns liegen, gerade eben, ist das aufrührerisch? Und das kann ich Ihnen einfach nicht empfehlen. Es ist nicht in Ordnung. Meine Damen und Herren, der gravierendste Unterschied in diesem Haus aller Fraktionen, vermute ich, mit Ausnahme Ihrer, ist, dass Deutschland seit 1995 – ich habe es eigenhändig ausgerechnet – im Schnitt 150 000 Menschen Asyl gewährt hat, von 1995 bis heute. Dass die Union in ihrem Asylkompromiss von 200 000 spricht, ist also kein Zufall. Das ist für uns Politik mit einem humanitären Ansatz, den Sie nie verstehen werden. Deswegen ist die Debatte zwar wichtig, aber sie bringt Ihnen wahrscheinlich nichts. Das werden Sie nie lernen. Da gibt es einen gravierenden Unterschied zwischen uns. Wir wollen helfen und Sie nicht. Und Sie glauben auch noch, dass durch Grenzkontrollen so etwas zu machen sei. Ich mache Ihnen ganz kurz die eigentliche Problemlösung und nicht dieses stumpfe Geschwätz. Meine Damen und Herren, vor Ihnen steht ein glühender Fan des Schengener Grenzkodex. Und ich kritisiere zugegebenermaßen als Hinterbänkler in der ersten Periode, frucht- und erfolglos, kritisiere ich ein wenig den Niedergang in Europa dieses Schengener Grenzkodex. Und auch wir, meine Damen und Herren, machen oft den Fehler, nur vom Außengrenzenstandard zu sprechen. Diese Eindimensionalität hatten wir bei der Erfindung des Grenzkodex nicht. Dazu gehört in 26 Ländern eine Schengen-Schleier-Fahndung. Dazu gehört der Brümmer-Vertrag. Dazu gehört das Kontaktdienststellenwesen. Dazu gehört, gehört, gehört. Und all das hat man bei der Kommission langsam schleichend eben aufgegeben. Wenn Otto Schilly und Günter Beckstein nicht zusammen gewesen wären, hätten wir schon Anfang der 2000er Jahre diesen Grenzkodex infrage gestellt, weil es eine politische Mehrheit dafür gab. Ich wende mich dagegen. Solche Fraktionen entstehen, wenn wir den Schengener Grenzkodex nicht endlich wieder zu dem bringen, wofür er eigentlich gedacht war. Meine Damen und Herren, einen Satz erlauben Sie mir bitte an FDP, SPD und Grüne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer allerdings ein politisches Problem damit hat, stationäre Grenzkontrollen zu machen, das habe ich ja gerade erklärt, das ist ja eigentlich kein Problem, dann aber auch keine Schleier-Fahndung will. Ich vollende den Satz nicht, ich überlasse es Ihren. Die Schleier-Fahndung an 26 Binnengrenzlinien ist ein wichtiges Mittel. Deshalb plädiere ich dafür, wir brauchen eine europäische Grenzpolizei. Wenn ich Macron entgehenkommen will mit Geld, dann für so eine Maßnahme. Besseres Europol, nicht nur ein Informationsaustauschzentrum. Herr Kollege, denken Sie an Ihre Redezeit. Am Schluss möchte ich eines noch sagen, lieber Herr Gauland, Fluchtursachenbekämpfung ist die einzig wirklich wirksame Methode, all den Phänomenen zu begegnen, die Sie beschrieben haben, aber doch nicht stationäre Grenzübertrittskontrollen. Damit werden Sie niemals die Probleme lösen. Deshalb bin ich der Bundesregierung dankbar, der amtierenden Bundesregierung, dass wir auf diesen Feldern arbeiten. Die Mehrdimensionalität dieses Themas werden Sie nie begreifen und damit auch nie die Ansätze zur Lösung finden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit trotzdem. Der nächste Redner ist Prof. Dr. Lars Kahn.